So langsam steigen die Temperaturen wieder und der Frühling steht vor der Tür. Das bedeutet auch Veränderungen im Kleiderschrank. Stars machen den Trend schon vor. Oversize-Hemd statt Jacke. Das It-Piece gibt es in verschiedenen Farben und Stoffen zu kaufen und lässt sich vielseitig kombinieren. Wer den Zwiebellook liebt, sollte das Oversize-Hemd unbedingt im Kleiderschrank haben. Model und Influencerin Ann-Kathrin Götze zeigt auf Instagram, wie es gehen kann. Zu ihrem braunen Baumwollhemd trägt sie einen braunen Rollkragenpullover und eine braune Mom-Jeans. Als Kontrast zum Ton-in-Ton-Look hat sie sich für hellblaue Sneaker entschieden. Lässig. Deutlich ausgefallener macht es dagegen Model und Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni. Die 34-Jährige kombiniert ein orangenes Crop-Top mit einem floralen Minirock und einer schwarzen Netzstrumpfhose. Dazu trägt sie ein hellpinke Jeanshemd mit Jacarmuster und pinke Pulps. Falls es doch noch zu kalt ist, sollte lieber auf dicke Stoffe wie Kord oder Jeans gesetzt werden. Die halten warm und passen zu fast jedem Outfit. Die drei. Die drei. Die drei. Die drei. Untertitelung des ZDF, 2020